Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gott will nicht den Tod, sondern das Leben. Das wird auch im heutigen Evangelium deutlich. Jesus geht für 40 Tage in die Wüste an einen lebensfeindlichen Ort und dort widersteht er den Versuchungen nach Macht und Reichtum. Das ungebremste Streben nach Macht und Reichtum sind in der Regel ja auch genau die Antriebsmomente, die dann in höchster Eskalationsstufe zum Krieg führen. Und was Krieg bedeutet, das kriegen wir aktuell ja aus der Ukraine über Fernseher oder über Bildervideos und Berichte im Internet mit. Ganz hautnah. Dabei sind es ja vor allem die ganz normalen Menschen, die unter den Folgen leiden. Die, die in den ukrainischen Städten die Nächte in den Schutzbunkern verbringen. Die Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und nun auf der Flucht sind. Die Menschen, die sich in Russland getraut haben, gegen den Krieg zu demonstrieren. Über 7000 sind schon festgenommen worden. Die Menschen auf beiden Seiten, die Angehörige verloren haben. Ja, und selbst die Soldaten, die jeden Tag in Angst verbringen. Und die doch zum größten Teil eigentlich sich nichts sehnlicher als Frieden wünschen. Als Christen wissen wir, dass ein Krieg nur Verlierer kennt. Und wir haben Jesus selbst aber als Vorbild, der ja selbst in der größten Gefahr, als es um sein Leben ging, Gewalt ablehnt. Ja, der sogar so weit geht zu sagen, liebe deine Feinde. Das fällt uns ja schon im Kleinen manchmal schwer. Wenn mich jemand zum Beispiel innerlich verletzt hat, dann denke ich, soll ich dem verzeihen und darauf verzichten, ihm eine auszuwischen. Aber wir wissen ja auch aus unserem Alltag, dass die Eskalation nicht weiterführt. Sie führt zu nichts mehr als das, dass es noch mehr Verletzungen gibt. Deshalb rät uns Jesus, jede Chance zu nutzen, aus der Gewaltspirale auszubrechen. Eine Unterbrechung, eine Feuerpause, das Gespräch auf Augenhöhe. Genau das wünsche ich mir zurzeit auch im Großen. Eine Unterbrechung, dass die Waffen schweigen, dass man die Diplomatie wieder aufnimmt, weil man merkt, dass Krieg zu nichts führt. In diesem Sinne möchte ich nun das ökumenische Friedensgebet sprechen. Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, miteinander in Frieden zu leben. Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit überhand nehmen, wenn Gewalt zwischen den Menschen ausbricht, wenn Versöhnung nicht mehr möglich erscheint, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Wenn Unterschiede in Sprache, Kultur oder Glauben uns vergessen lassen, dass wir deine Geschöpfe sind und dass du uns die Schöpfung als gemeinsame Heimat anvertraut hast, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, wenn Macht ausgenutzt wird, um andere auszubeuten, wenn Tatsachen verdreht werden, um andere zu täuschen, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Lehre uns, gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen und der Korruption zu widerstehen. Schenke uns mutige Frauen und Männer, die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt an Leib und Seele hinterlassen. Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden, um den Frieden zu fördern. In welcher Sprache wir dich auch als Fürst des Friedens bekennen, lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein gegen Gewalt und Ungerechtigkeit. Amen.